Wir haben ja schon angesprochen, Benani und Müller kommen näher und der Müller ist ein gnadenloser Überholer. Also ich würde nicht ausschließen, dass sich da noch was ganz, ganz vorne tut. Ups, der haut der Charles Eng, sein Teamchef raus und die gehen hier alle fliegen. Daryl Ojang ist dabei. Mann, oh Mann, oh Mann, der Franz Engstler hat jetzt einen BMW Kompakt. Schau dir das mal an. Hey Daryl. Charles Eng ist der Auslöser. Tom Coronel war der Auslöser. Tom Coronel, titscht hier, titscht hier. Eng an, eng trifft Franz Engstler und der wiederum kollidiert mit Daryl Ojang. Zack. Oh Mann. Das ist der Flug, der viele Linien am Salzburg ringt. Der Franz Engstler, der hat aber wirklich das Pech an den Fingern kleben. Genau wie Daryl Ojang übrigens. Im Budapest das Auto ziemlich hinüber. Hier jetzt ein BMW Kompakt.